Hallo zusammen, Thomas hier. Es müssen bei der Bildbearbeitung nicht immer die neuen High-End KIAI Künstliche Intelligenz Features Funktionen sein. Oft sind es die viel einfacheren, kleineren Dinge, die uns das Leben, insbesondere bei der Bildbearbeitung, leichter machen. Und so manche Dinge, die einem das Leben leichter machen können, gibt es irgendwie lange Zeit nicht. Und genau um drei solcher Dinge geht es heute bei Adobe oder von Adobe. Ich habe heute drei Quick-Tipps für euch. Schnelle Tipps auf Deutsch. Einmal ein Quick-Tipp zu Photoshop und der wirklich das Leben sehr, sehr viel leichter machen kann, wenn ihr auch häufiger retuschiert. Und zwei Quick-Tipps zu Bridge. Da der Hinweis. Schöne Grüße an den Olaf Giermann. Ich weiß nicht, ob ihr das Video heute sieht. Ich habe mir erlaubt, Olaf, deine beiden Quick-Tipps aus der Dogma von, glaube ich, vor zwei, drei Wochen zu nehmen. Denn ich denke, die werden noch nicht alle mitbekommen haben. Deswegen erlaube ich mir auf Anregung deines Dogma-Artikels, diese beiden heute in meinem Video vorzustellen. Und lange, keine lange Rede. Und dann fangen wir auch sofort mit Photoshop an. Wenn ihr häufiger den Pinsel in Photoshop benutzt, hier den Pinsel, um Dinge zu retuschieren, wofür auch immer, dann kennt ihr das Problem, dass der Umrand, die Kontur des Pinsels oft entweder schlecht oder manchmal, so wie in diesem Fall, so gut wie gar nicht zu sehen ist. Ihr habt gerade gesehen, wo ich den hingezogen habe. Und der hat sich wirklich wunderbar versteckt, der Kollege. Wir können sehen, wenn ich ihn bewege, das ist eine Eigenschaft von Photoshop, die ist wahrscheinlich gewollt. Ich finde die nicht so schlau, dass sich die Kontur des Pinsels, je nachdem, auf was man gerade ist, verändert. In dem Fall verschwindet sie oder verschwindet sie mit diesem Grauton da im Hintergrund. Und wenn ich den Pinsel bewege, taucht er auf jeden Fall wieder auf. Generell, je nachdem natürlich auch, wie groß man den Pinsel macht oder wie klein, ist er mehr oder weniger gut zu sehen. Und jetzt gibt es in Photoshop eine neue Funktion, die es uns ermöglicht, diesen Pinsel bzw. die Kontur des Pinsels zu verändern. Und das findet ihr unter Bearbeiten unter den Voreinstellungen und bei den Voreinstellungen unter Zeigerdarstellung. Da gibt es einen neuen Eintrag und das ist dieser hier. Pinsel, Spitzen, Kontur, dünn. Und dünn war bisher die Standardeinstellung, die auch nicht änderbar war. Und seit neuestem gibt es vier im Ganzen Einstelloptionen. Normal, Fett, Extrafett. Fett ist die neue Pinselspitzenoption. Wahrscheinlich ist euch da schon aufgefallen, dass sich der Pinsel sichtbar bzw. die Pinselkontur geändert hat. Und dementsprechend schalte ich die jetzt mal ein. Das ist also der neue Standard. Das Schöne ist, dass es auch sofort sichtbar. Und wir sehen, dass sich da scheinbar erstmal gar nicht viel geändert hat. Und das funktioniert auch noch nicht richtig. Ihr seht, ich muss in dem Fall das Bild ein bisschen größer und kleiner machen, damit das Ganze funktioniert. Und der Pinsel ist deutlich besser sichtbar. Und je nachdem, mit was für Tonwerten ihr arbeitet und ihr da immer noch Schwierigkeiten bekommt, stellt ihr den einfach auf Extrafett. Und hier sehen wir, auch da natürlich, diese Eigenschaft hat sich nicht geändert. Dennoch ist der Pinsel immer noch ein bisschen zu sehen. Ansonsten, klar, bewegt man den Pinsel einfach und dann ist er gut darstellbar. Ich nutze Bridge durchaus sehr oft. Es gibt ja sehr viele, die ergänzend irgendwelche Neudeutsch-Viewer haben, mit denen sie erstmal sich einen Überblick ihrer Fotos verschaffen. Natürlich ist Bridge ein relativ mächtiges Programm und man könnte sagen, das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn man nur die Voransichtsfunktion hat. Ich sehe es so, ich habe Bridge, ich nutze es gerne. Ich nutze es, um mir Vorschauen anzeigen zu lassen, um auch Bilder vielleicht neu zusammenzustellen, wenn ich sie für irgendwas exportieren muss und ähnliche Dinge. Und ich nutze Bridge vor allen Dingen auch sehr gerne, wenn es darum geht, Fotos zu bearbeiten, die ich aber gar nicht in Lightroom haben will. Einfach, weil ich sie temporär vielleicht nur bearbeite. Habe ich zum Beispiel sehr intensiv genutzt, als ich zuletzt einen ganzen großen Teil oder meine komplette ehemalige Vollformatausrüstung verkauft habe. Da habe ich dann die Fotos natürlich nochmal ein bisschen bearbeitet. Die habe ich nicht in Lightroom importiert, die habe ich mir also über die Ordnerstruktur in Bridge darstellen lassen und habe die dann von Bridge sofort in Adobe Camera Raw importiert und dann final bearbeitet. Also gibt es viele Möglichkeiten, mit Bridge zu arbeiten und ich nutze das Programm sehr häufig und auch sehr gerne. Und auch bei Bridge gibt es natürlich Dinge, die man verbessern kann, die auch in dem Fall nichts mit KI zu tun haben. Und zwei Dinge hat Adobe jetzt verbessert. Das eine betrifft diejenigen, die wie von euch, die wie ich einen Höherauflösungsmonitor haben. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten auch einen 4K-Monitor, meinen Hauptmonitor. Und da ist dann vieles manchmal plötzlich sehr klein. Und das zweite betrifft die Panels, die wir haben, dass man die in einem Rutsch jetzt auf vollflächige Darstellung vergrößern kann. Gucken wir uns das Ganze gerade an. Wenn ihr einen Höherauflösungsmonitor habt, wie in meinem Fall der 4K-Monitor, dann sind die ganzen Darstellungen, naja, ich sage mal, nicht mehr besonders groß. Und ich wünsche mir für sowas, dass ich das in einer Größe anpassen kann, die mir besser gefällt, einfach weil ich es vielleicht besser lesen kann. Natürlich kann man das über das Betriebssystem ändern, aber dann wird ja alles groß und ich will ja vielleicht mal einzelne Anwendungen Anpassungen machen. Und bei Bridge gibt es jetzt genau die Möglichkeit, die Größendarstellung separat für Bridge einzustellen. Dazu gehen wir auf Bearbeiten, Voreinstellungen. Und bei den Voreinstellungen gibt es bei der Benutzeroberfläche, gibt es diesen neuen Regler Skalierung. Und mit dem könnt ihr in verschiedenen Schritten, könnt ihr die Gesamtdarstellung von Bridge größer machen. Es wäre schön, wenn da vielleicht nur eine Prozentangabe wäre, aber das muss man ausprobieren und normalerweise stellt man es ja auch nicht alle Nasen lang um. Und meine, das nehme ich gerne schon mal vorweg, Voreinstellung ist diese hier. Die reicht mir. Der einzige Nachteil ist, man muss das Ganze akzeptieren natürlich und man muss Bridge schließen und wieder öffnen. Und dann gucken wir uns mal an, wie die größte Einstellung allerdings aussieht. Stellen wir das Ganze also auf groß und dann schließe ich Bridge, öffne Bridge wieder und dann, die brauche ich eigentlich nicht mehr, sieht das Ganze so aus. Das wäre natürlich jetzt zumindest für mich ein bisschen sehr groß, aber da gibt es ja die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Und jetzt stelle ich das so ein, wie ich gerade sagte, wie ich es für mich eingestellt habe und für mich als gut befunden habe. Bridge nochmal schließen und Bridge nochmal öffnen. Und dann haben wir die Einstellung, die für mich die perfekte ist. Und welche für euch die perfekte ist, müsst ihr ausprobieren. Fakt ist auf jeden Fall, jetzt gibt es die Möglichkeit, genau das zu tun. Kommen wir zum zweiten Tipp für Bridge. Und zwar gibt es oft, ich habe sie auf jeden Fall, die Anforderung, einen dieser Teilmonitor oder Teilbereiche größer zu machen, beziehungsweise vollformatig zu machen. In meinem Fall ist das meistens eigentlich hier das Bild, beziehungsweise die Sicht auf die Fotos, die ich gerade in meiner Vorschau habe. Und da gab es nach meinem Kenntnisstand in der Vergangenheit keine Möglichkeit, jedenfalls keine schnelle. Und jetzt gibt es eine ganz neue. Diese Funktion steht noch nicht mal im Handbuch für Bridge, taucht dann irgendwo so auf. Und das ist relativ simpel. Ihr müsst nichts weiter tun, als die Pfeiltaste, die sich links neben der Shift-Taste befindet, einmal zu drücken. Und dann vergrößert sich das Fenster, was sich unterhalb der Maus befindet. Und wenn ich das drücke, kriegen wir das Fenster mit den Fotos formatfüllend. Um das Ganze wieder auszuschalten, geht das Ganze wieder in den Ursprungszustand. Coole Funktion, ganz einfache Geschichte, die, wie ich finde, das Leben eines bildbearbeiteten Menschen sehr viel einfacher machen kann. Ganz einfach, weil es schnell geht. Das Ganze wieder auszuschalten, geht das Ganze wieder aus. Das Ganze wieder auszuschalten, geht das Ganze wieder aus.